Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock! Im letzten Part, da haben wir hier ein paar Splicer erledigt, haben uns hier in Sandacones und in dieser anderen Tussi... Hier... Ähm... Apartment umgesehen. Die Firma mit dem Monopol auf Adam ist ein Erdölkonzern, eine Prommelsbude. Du musst nur noch die Leichen begraben. Und wenn die zufällig in neun Kilometer tiefer auf dem Grund des Atlantiks liegen, hast du einen ganz schönen Vorsprung. Äh, ich muss mal ganz kurz hier Pause machen. Oh man, okay. Hier bin ich wieder. Ja, ich musste kurz einen Notfall lösen. So. Haben wir das eigentlich schon... Haben wir nicht. Doch, haben wir gehackt. So. Okay. Dann ist er eigentlich da hinten rumlaufen. Da, rumlaufen. So, wir stellen uns hier hin und warten. Okay. Okay. Kommst du her? Der scheint eine Elektrosplase zu sein. Der da hinten rumschlawenzelt. Ja, der kommt näher. Okay. Haben wir jetzt beide? Scheint so. Ach, ne EVE Spritze. Egal. Ich hab grad genug. Mir fehlt grad eher Munition. Das ist mir grad im Moment wichtiger. Und da haben wir auch eine EVE Spritze. Gut. Der ist tot. Irgendwie glaube ich, dass alle tot sind. Aber... Rücken muss sein. Ich will das nie wieder erleben. Mit dem, dass einer aufsteht und mich angreift. So. Die haben alle nichts. Okay. Ich schau mich jetzt noch nicht mehr so gründlich um. Weil meine Lebensanzeige sonst so weit runter geht. Das kann ich auch später noch... Hier schau ich mich jetzt schon noch kurz gründlich um. Einfach... Warte, den hab ich durchsucht, ja. Ich hoffe, weil hier noch ein bisschen Zeug ist. Und Munition nicht schaden kann. Und Kaffee auch nicht. Und das hier. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Skinner-Boxen. Elektroschocks. Was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa-Konstriktor. Heute bekommt Suzhong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. Oh Mann. Die richten Kinder ab, na toll. Little Splicer. Wir fotografieren mal wieder ein bisschen. Der da hinten noch. Und dann gehen wir weiter. Fuck is Splicer. Nun gut. Okay, perfekt. Hallo. Ist jetzt jeder Tod, der sich hier versteckt hat? Gut. Ähm. Oh, eine Truhe mit Enzymproben. Kann man sicher wieder was herstellen am Ju-Invent. Ist aber keine Sicherheitskamera oder so, oder? Juhu. Juhu. Sehr schön. Mittel gegen Gedankenkontrolle. Mittel gegen Gedankenkontrolle. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokus-Pokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nr. 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tennenbaum. Und Suchong wird sich wohl daran halten. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Suchong. Er hat die Charge Nr. 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken trägt, muss ich das im Auge behalten. Kluge Frau. Besorge das Heimmittelversuch 192. Hallo. Glaubst du, du wärst so eine Art Held? Ich hab dich bei Suchong bestellt wie ein Abendessen. Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Wohin willst du zurückkehren? Zu deiner Familie, die es gar nicht gibt? Zu deinen eingebildeten Träumen? Glaub mir, du wirst dich noch freuen, wenn dich endlich jemand von der Familie zu haben. Das werden wir noch sehen. Wird das überhaupt noch kürzer? So. Noch jemand hier, der Ärger will? Nein. Gut. Oh! Naivspritze! So. Sehr gut. Da läuft der Big Daddy. Wir müssen aber jetzt an ihm vorbei. Nämlich jetzt nach oben. Oh! Ist das Portemonnaie etwas zu dürfen? Surgical Safe. Es bietet Ihnen eine erschwingliche Finanzierung für jeden größeren Eingriff. Gefährliche Krankheiten warten nicht bis zum Taltag. Darum dann. Wir müssen wohl noch eins weiter holen. Okay. Ich glaube, ich höre da was. Ja. Komm her, Schleißerchen. Kommt der jetzt endlich um die Ecke? Könnt ihr den Halm nicht fotografieren? Da steht er. Der ist tot, glaube ich. Oder? Ja. Nun gut. Gut. Hätten wir das auch mal erledigt. Was haben wir hier? MG-Pattern. Und eine Splittergranate. Und noch eine Splittergranate. Oh, die sieht verdächtig aus. So, soviel zu. Die Leichen stehen nicht mehr auf. Oh, die haben alle MG-Patronen, ja. Was haben wir denn hier? Okay, der ist tot. Ich habe doch ein bisschen... Moment. Den kann ich nicht fotografieren, aber sieh da hinten. Komm her. Ein bisschen Fortschritt zumindest. Ich könnte ja nicht immer mit der Kamera rumlaufen und die testen, ob die da noch leben. Ich denke, das wäre was. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. 5744, das können wir ja gleich mal untersuchen. So. Okay. Ah, shit. So. Halt. Sehr gut. So. Was haben wir da alles? Oh. Oh, der Hacker. Fallen sollten. Vielleicht noch ein bisschen Explosivschrot oder Antipersonenkugeln. Schauen wir mal. Ach. Können wir nicht mehr aufheben. Nun gut, dann Explosivschrot. Jetzt sag mir nicht, dass ich das auch nicht mehr anfertigen kann. Scheint aber so gut. Wir können ja nochmal ganz nach unten gehen. Und mal schauen. Ob wir da nicht was finden. Oder wir mal holen erst die Probe. Wo bist du? Wieder aus meinem Haus. Okay. Das war ein klar, ein deutliches... Ich will dich nicht hier haben. Oh, war er das? Nee, das war er. Okay. Ah, das sind aber scheinbar viele Fallen. Wohnung von Bridget Tenenbaum. Hübscher Name hat die. Ja. Ja, aber hier... Ziemlich viele Tote rumliegen. Oh, cool. Kann ich die nicht ausmachen? Den könnte ich hacken. So, schauen wir mal, wie wir lang gehen hier. Dann hier außenrum. Okay. So. Ich brauche noch weiteres Queres hier. Oder gibt es das etwa nicht mehr? Doch, hier. Puh, das war knapp. Aha. Hier lang. Dann hier. Oh Mist. Das schaut nicht gut aus. Knob. Das wird nichts. Ich kann hier auch keine Umleitung machen, weil... Das sind... Der Weg. Oh Gott. Alter. Das macht aber viel Schaden. Verarschen. Ja, toll. Oh, weißt du was? Mein Gott. Was für ein Ärger. Das nur wegen einer scheiß Medi-Station. Ah, wir sind im Badezimmer. Hätte ich mir auch denken können. Kann auch das Waschbecken benutzen. Sitzt denn Wasser da drin? Ne, ist wieder abgeflossen. Schade. Mein Glückstag. Für mich ein Tag für jeder. Sieh sich einer dieses Loch an. Hm. Nichts übrig. Aber auch gar nichts. Wer ist da? Ich habe keine Angst vor Misserfolgen. Weil ich sowas gar nicht kenne. So. Oha. Die haben da Hure hingeschrieben. Ich will dich vor das Kapieren. So. Okay. Keine Immunition mehr für mich. Oh, ein Old Tom. Das geht. Warte mal. Aha. Oh, hier war ihr Bett. Bandagen. Schöner Ausblick. Den können wir nicht mehr durchsuchen. Oh Gott. Ich muss kurz Pause machen. So. Weiter geht's. Entschuldigung. Okay. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Achso. Mit Umsehen. Oh. Halt! Hör doch das hier. Okay. Ja, ich bin etwas außer Atem. Hallo. Hehehe. Manchmal bin ich echt böse. So. Den haben wir schon durchsucht. Und auch schon fotografiert. Wir haben die Lampe umgeworfen. Mein Gott, sind wir Trampe. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und alten Schweinen. Die Proben von Charge Nr. 192 haben Sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Ach, es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Allein das hier ist ja heftig. Okay. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Skinner Boxen. Elektro Boxen. Das ist aber nicht das, was ich jetzt hören wollte. Was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten. Für was hältst du mich? Für einen minderbemittelten Idioten? Wir haben den Stall der Gänsemutter sofort durchsucht, als ich auf die Idee kam, ein Gewissen zu entwickeln. Hier wirst du nichts finden, Kleiner. Außer vielleicht ihre Erinnerungen. Und glaub mir, die willst du gar nicht kennen. Ach, sind die Erinnerungen so schlimm? War das eine Maschine? Das war eine Maschine. Oh man, jetzt habe ich so viel mit dem G-Patronen weggeworfen. Egal. Was haben wir hier denn noch alles? Einen Safe. Den hacken wir jetzt mal kurz automatisch. Uh. Aber Brandbolzen haben wir scheinbar genug. Geh mal weg, Lampe. Ich habe hier echt alles geflutet. Tut mir echt leid für Tenenbaum. Und jetzt? Du bist minderwertig. Du bist minderwertig. Nichts. Danke für den Besuch. Mein Gott, du bist auch minderwertig. Boah. So. Bitteschön. Nein. Sehr gut. Ist hier jemand? Sind wir hier mal ein schon ein Stock tief hin? Die ist tot Sehr gut, dann können wir das hier kurz hacken Oh oh Okay, ich muss mich beeilen So Und dann Das hier Okay Und das hier Und Oh oh So rum Okay, das hat geklappt Immerhin Eine Schrottflinte Und zwei Filme Das soll irgendwas funktionieren Ist aber nicht hier unten, oder? Hm Hallo Big Daddy Ich will dir nichts tun Hat es nicht 5 744 Ja Okay Aber Wir gehen hier erst Oh, was liegt denn da? Bis zum Kugeln Achso, die habe ich gekauft Die kann man auch noch kaufen, aber Wir können auch noch kurz den Verbandskasten kaufen So Okay Ich würde sagen, das mache ich im nächsten Part Bis dann, tschüss